Hallo, ich bin die Irina und das ist die liebe Oskarchen. Und wir sind heute hier an dem Set von... An dem Set! Habe ich das doch gesagt zu dem Kameramann? Zu dem Kameramann. Mein Artikel und Konjunktion, das sind echt nicht deine Stärke. Bleibst du mal locker, Oskarchen. Sind wir hier an dem Set von Rico, Oskar und die Herzgebreche. Das Herzgebreche. Rico, Oskar und das Herzgebreche. So heißt unser zweites Abenteuer. Und da spielt diesmal auch Irina mit. Genau. Und das kommt auch schon nächstes Sommer in der Kino. Oh man, das ist hoffnungslos. War das doch jetzt richtig? Ich glaube, ich gehe jetzt shoppen.